Ich bin auch wohl ich bin auch dabei. Ich mache einfach keine Aufrufe auf Twitch, auf YouTube, nirgendswo. Wir reparieren ja alles mit TRIP, dem einzigen TRIP, den ich nicht mehr leisten kann, in der defekte Pixelbrille. Leute, ab ins Game, ab ins Game, Leute. Ich, also viele wissen es nicht, also eigentlich keiner weiß das. Hier neben mir steht ein PC zusammengebaut von NZXT, ja die meisten Teile davon sind, von NZXT. Deswegen kommen wir mal auf, wie NZXT ist. Ach, so machen die also, gell? Ich hab das game nicht umsonst gekriegt im Sale. Machen wir halt nicht NZXT, sondern wir machen einfach normal. Und komm, er PC will nichts zu leben. Setze dich zunächst an deinen PC, direkt in deiner Tür und öffnet die E-Mail, öffnet deine E-Mail-Anwendung auf deinem Desktop. Du hast Post. Das heißt, sie haben Post. Und das ist übrigens echt mein realer Desktop-Hintergrund. Ah, wir uns kennen, okay. GG, komm. Na, komm. Na, komm. Na, komm. Na, komm. Na, komm. Na, komm. Anschließen für professioneller So. 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 Ne, warte mal. Alter. Tools ist auch weiter. Boom. Weiter. So. 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 My name is hier ist eine Mercedes Scheiße hier drauf installieren wir einmal einen Virenscanner ganz schilke Art und Weise ja wir haben es können starten super passieren ja so war schön aber ich habe vorhin an einem PC geschraubt und vergessen welches Netzteil Cloudnotes Cloudnotes oh was ist das jetzt genau sollen wir auf jeden Fall Cloudnotes jetzt uns dranladen das wäre übelst nervig hätte ich so einen Ton an meinem Rechner stell dir mal vor du machst einen PC an ich habe gar keinen Bock mehr irgendwas an dem PC zu machen Cloudnotes ein bisschen anpassen weil ansonsten mache ich das nie lassen was also ist auch egal naja also Cloudnotes 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 in denen meine im ernst öffnende im browser aber ich habe kein browser im ernst öffnende in deinem browser und siehst sie an hey ich habe gar keinen browser hier drauf programm oder programme was willst du programm oder programm oder programm oder programme naja glaube ich den ob wir zwar mal wieder hatten statt aber das ist mir zwar noch egal aber das habe ich jetzt erledigt werfen also hier ist noch irgendwas mit ich weiß so ein feuerabend machen tag zu enden zur arbeit siehst du neue e-mails so danke noch mal wegen dem virus bla 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 ziel wir brauchen eine seh 970 gar mehr muncie ja passt passt perfekt hilfe und virus ja ist ok ist ok ist ok vielleicht mache ich mir auch mal die cloud notes hier vorn hin den e mail fach hier vorne hin so ist ja besser kann ich hier minimieren wie ich möchte so shop wir brauchen eine sehann das ist eine grafikkarte 90 70 war das eine sehann ich habe sogar falsch aufgeschrieben das ist der sinn so ich habe in den wagenkorb damit brauchten wir noch ich muss mir das glaube ich nicht wirklich aufschreiben dies hier sollen wir holen den wagenkorb ich wollen den nächsten tach komm rein da ja 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 als maul ich habe gott wird so gehen aber ich will nur gucken ob ich alles angenommen habe angenommen 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 werfen gestern liefen wir den store für heute also ich habe jetzt schon bestellt also es sollte eigentlich der rückmorgen ankommen tag beenden gut zur arbeit teils sind eingetroffen perfekt ich mache am ersten d mit dem scan so aber soweit ich es weiß soll ich den noch sauber machen ne keine wärmeleitpasse so perfekt jetzt soll ich wieder installieren professionell professionell ja fuck ich muss das jetzt ich muss mir den stream runterladen naja egal wie lange stream ich jetzt schon diesen crap keine ahnung die erste folge geht jetzt den ersten und den zweiten arbeitstag lang da habe ich eine neue folge da habe ich eine neue folge da habe ich eine neue folge bei dem zweitkanal zu schon was aha typische apple hintergrund ja schon wieder vergessen es ist immer ist es immer so ein struggle die richtige taste zu drücken um den pc nicht aufzunehmen so 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 während scanner aber ich bin grad irgendwie ein bisschen so verwirrt ne ich bin verwirrt ich bin verwirrt aus dem grund ich bin verwirrt aus dem grund weil bei mir steht hier im dashboard im mtlb in meinem obs das 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 glaube ich hier also subscriberpunkte sammeln kann das glaube ich hier ah die fresse in ich hätte hier erstmal drüber nachdenken sollen hm aber bei mir kann man nicht rein zusammen soweit ich das jetzt weiß oder oder ne 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 naja ja ne 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 spür mal ganz kurz weg spür mal ganz kurz weg dass man nicht nehmen hat den nicht glauben nicht nicht ANSMEL weil ich mache Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2021 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 Naja, ich hab ja bestimmt. So, wir wollen installieren und zwar eine Festplatte unter die hier. Okay, Kabel haben wir anscheinend doch. Das heißt, zusammenbasteln. Da, Seidenwand. Boom, chillig. Ich bin auch gerade da ran am überlegen, ob ich vielleicht meine erste Reaktion mache. Meinen ersten Reaktions-Stream. Mal gucken, ich bin gespannt, weil ich möchte dünner essen. Ja, Boca. Anschalten. Wenn der jetzt bootet, sind wir fertig. Ja, bootet. So, kassieren. Kassieren. Und schauen wir mal wieder im Plus. Neur PC-Tele verfügbar. Interessant. Schön. Schön. Naja, jetzt gucken wir, ob wir morgen neue Kunden haben. Tag beenden. Wir sind fertig. Ja. Und jetzt sind wir erstmal da. Ich guck mal, ob auf YouTube irgendetwas interessantes abgeht, was man vielleicht gucken könnte. Das ist so in meiner Abo-Box los, was man sich angucken könnte im Stream. Das erste auf der Transport-Way. Haben wir schon angenommen. Perfekt. Hilfe-Schnell-Viren. 16 GB RAM. 16 GB RAM. Aber ein Dual-Channel. Das heißt, 2 x 8 GB. 2 x 8 GB 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 GB. Alter, ich bin inkompetent. Der ist fuck. So. Annehmen. тайger veces auch. Ähm. Ne. Ne. 21 GB. 2 x 8 GB 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 SDG undergrad. perfekt wir haben alles bestellt sachen sollten mal dann kommen wir gehen jetzt mal direkt in den shop brauchen wir mal e-mails wir brauchen schon e-mails speicher 88 wie viele die hatte ich denn jetzt 140er budget dann kommt es jetzt so langsam ich hoffe 60 aber ausschließlich neue ware kann ich dir besorgen aber ist dann hässlich aber was macht sich die farbe von dem rahmen aus richtig gar nichts ich möchte schon ein bisschen profit machen das kann ich auch jetzt ein bisschen so nachvollziehen vier stück davon von den achtern brauchen wir noch ein cpu kühler im besten für die günstigste scheiße die wir kriegen können einkaufen perfekt habe ich jetzt bestellt oder weiß ja habe ich ihre bestellung trifft morgen ein hoffe ich mal ja gleich wieder nach hause natürlich tag beenden rahmen kühler wir beginnen erstmal mit einem typischen scan 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 muss man ganz kurz ab checken ob alles funktioniert und es funktioniert so weiter alles auch immer aufzunehmen nicht wahr egal schneide ich mir halt aus dem stream dann zusammen mache ja dann habe ich halt ein bisschen mehr arbeit meine güte who cares dann schneide ich das hat alles in einen tag noch mal gucken ich fange dann gleich einfach irgendwann die aufnahme an und dann gucke ich wäre bereinigen okay das ist das kann auch Wunderwürdig Ich bin obwohl ich bin auch dabei ich habe mich anscheinend angemeldet und dem pc ist so dumm alter mach ich aber gleich dein säubern so das ist jetzt fertig alter gastieren super nächsten was muss denn bei dem hier gemacht werden aufrüstung von ram habe ich das schon aufgenommen ich hoffe so aber ich weiß nicht sehr verurteilt mach doch auf ich mache auch einfach keine aufrufe auf twitch auf youtube nirgendwo ne das geht ja wir reparieren ja alles mit dem trip dem einzigen trip den ich mir leisten kann eine defekte pixelbrille ok wer wollen ach das sind leere rammslots ich wollte gerade schon sagen naja ist ja auch egal ich weiß jetzt auch nicht ob ich das jetzt in dual channel mache oder nicht ach kamera muss mich hier nicht im stich lassen vielleicht glaube ich nehme einfach die grafikkarte darauf ach ja 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 ich Bis zum nächsten Mal.